ja herzlich willkommen wir sind hier kurz vor der basis ich einig und der fangemer grüß dich vielleicht sind die hier weil wir nur so viel staub aufgewärmt haben aber der der fürs gucken verantworten ist das ist ein schuss das ist einfach im anderen nicht schnell nehmen wir einen anderen. Oh! Nicht schießen. 2 Schalldämpfer. Leute, das sind viele. Ja, das war nicht da. Wir müssen ins Haus. Das sind so viele Leute. Da gibt es nicht immer eine Schwachstelle gescheit. Es gibt überall eine Schwachstelle. Wobei, auf der Rückseite sind weniger. Ja, da kann man auf der Rückseite reingehen. Also da jetzt eher rechts von uns, meine ich. Ja, ich meine ja eh auf der Rückseite, ob man reingehen kann. Ja. Oh, da bist du auf der falschen Seite, quasi. Hier hinten haben wir auch ein Gänzes. Ein bisschen nach hinten. Meine ich ja. Aber dann müssen wir geschickt umrunden. Ja, einen habe ich schon. Einschaufschützen. Bitte? Einschaufschützen habe ich schon. Im zweiten hätte ich ein Visier. Ja, aber das steht genau wie nebenan, die kannst du nicht abschließen da oben. Okay. Die Siede gehen alle rund ums Haus. Dann ziehen sich die Seite. Ja, das war gut. Gut. Zielbereich direkt vor uns. Macht euch bereit. Warte, um in Krasse-Matter, um sich LMS Radio vorzuknöpfen. Also passt auf. Wir brauchen ihn lebend. Verstanden. Oh, lebend brauchen sie nicht. Shit. Oh, pass auf, da kommt einer. Abschuss bestätigt. Okay. Ja. Soll ich ihn abschießen? Wenn du sicher bist, dann... Das war's mit ihm. Ich bin ein bisschen oberhalb von dir nämlich. Sof, es kommen zwei. Hinter dir, hinter dir. Keine freie Schuss vor Bahn. Das steht aber nicht ganz wichtig. Einen können dich erwischen. Nein, jetzt nicht mehr. Ich kann auch keinen erwischen, ich bin im Haus. Okay. Ist die Frage, ob ich sie lassen soll oder nicht. Lass sie. Vielleicht kriegen sie hier ein paar Drohnen und du kommst dann auch... Langsam nach. Falls halt immer im Blickfeld. Oh nein, mach das Licht. Dann war getroffen. Tango getroffen Tango getroffen Nossa, was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Oh, ich hab gesagt, ich hätte so einen Blickfeld stark müssen. Ja, die sind aber weiter gegangen. Ne, aber die haben nicht gefällt, dass sie irgendwie genau hingemischt haben. Ich hab nicht gesehen, wo du genau drin bist. Das ist das Problem, Susan. Ich könnte auch ins Haus rein stürmen. Vielleicht safen. Oh, da geht's mir rein. Scheiß Fenster, uah. Ein Chess Pleaser. Oh, Fenster. Oh, Alter. Oh, ich muss so weit darauf. Da ist einer, da ist einer. Das wird interessant, den Weg zurückzukämpfen. Checkt selbst aus, statt sich seinem Großvater zu stellen. Wie krank. Haben wir ihn dazu getrieben? Hör auf mit dem Scheiß. Das war seine Entscheidung. Wir müssen ihn durchsuchen. Vielleicht hat er etwas bei sich. Okay, ich deck dich. Sturmangriff? Oh, hauerde. Na? Sturmangriff beginnt. Was passiert? Selbstmord. Hat El Suenyo eine Nachricht verfasst, dass er die Schuld für die Labore in Okoro auf sich nimmt? Konnte wohl nicht ertragen sein, Großvater zu enttäuschen. Der Scheißkerl. Wir hatten El Jajo schon im Sack. Und jetzt das. War wohl doch nicht so ein Versager, wie wir dachten. Er hat nur nicht Platz gemacht, wenn wir an den Fallschirm abspringen können. Das kommt schon mal vor. Machen Sie so etwas öfter? Ich tue, was der Job verlangt. Genau wie Sie. Probieren wir, dass wir mit dem Heli dort abhaben. Ah, ich habe mich nicht gesehen. Ah. Nein. Ich bin down. Ah, schade. Da haben wir uns online. Es waren nur drei Gegner gewesen. Wir müssen schauen, dass wir zum Heli kommen auf der anderen Seite. Einfach rennen. Weg, weg, weg. Unfall für den Moment. Wir fortsetzen mit der Buschung der Zähne. Der Linie ist so. Ja. Gute Arbeit. Ihr Team hat Santa Blanca Stellung im Kokain-Geschäft einen schweren Schlag versetzt. Und die Befreiung der Klinik und die Impfstoffe haben eine Menge Leben gerettet. Allzeit bereit. Das Kartell wird versuchen, den Umsatzauswahl wendiger machen. Mag sein, aber wenn sie nicht bezahlen, kostet sie das Loyalität. So ist es. Wir haben noch Zeit. Ich schau grad. Vorposten vielleicht? Mit Nahrungspakete? Ah, ich hab doch den Funktransport. Okay. Auch recht. Auch schon draußen. Ja. Nein, und das andere ist ein bisschen drunter dann. Da ist noch eine Zubehörskiste danach. So. Ja, richtig super Wetter hier. Für eurer Angriff. Zweites Ziel auch, wie sich jetzt. Hopp es auf. Also. Der Typ. Zweites Ziel da drüben. Ja. Ziel Nummer 5. Ja. 5 Ziel. Lauf da. Jetzt sind wir nicht mal links. Ich geh rechts. Jetzt sind wir jetzt mal einen Schnelldruck noch, oder? Jupp. Wenn du bereit bist. Berett. Dann muss. Das ist Tango getötet. Was soll der Scheiße Deckung? Hm. Sauber. Alles paletti. Oh geil, das ist ein Flugzeug. Okay. Okay. Ich habe viele von denen verleiht. So. Da muss man brechen. Warum? Warum so ein Schlag für uns in den Fähren in den Manstrungen? Warum? Ja. Und das sind Finsternland immer wieder zu Ort. Hm? Oder wo musst du da hin? Da in Berlin. Super. Ich weiß nicht was. Niemals. Niemals. Bin ich blind, oder ist es dir nicht einzeichnet? So dann. Hey, sieh da. Oh. Pass auf, Flakete. Ich werde jetzt Sankt. That's so. Und ... Hier sind wir wieder zuerst. Also verabschieden Sie sich die terugkennen. Die sind ja hier. Die sind der Leitens bibelte Hände und sonst noch auf ihrem Leben. Auch dieses Evangelium. Die sind sie nicht bei Herzen. Die sind so wunderschön, sie leben können! Eich weniger die von der Einочка Grenzen. Die sind ja hier. Die sind nicht bei Herzen. Die sind die Ingegnet. Die sind die in der Ingegnetrieide. Ja. Ja. Hm. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Wir sind hier fertig. Die Rebellen können ihren Nachschub später holen. So. Was ist nächstes? Was haben wir denn da noch? Affenkisten? So haben wir jetzt nämlich alles, oder? Nein, da haben wir noch eine Suppe aus der Kiste. Was sind wir da weg, oder? Wir haben eine Suppe hier aus der Kiste. Jetzt sind wir da oben. Wo der Einsatz war. Na ja, wir haben einen Heli dort auch gleich. Wir haben einen Heli. Wir haben einen Heli. Er hat Fliegen die Flügel rausgerissen. Er hat Ameisen mit der Lupe geschmort. Katzen an die Leine geknotet. Er hatte sich einen Kokain-Stand. Er hat sich einen Heli. Wer weiß, vielleicht hat der Killerspiele gezockt. Den Scheiß glaube ich nicht. Oder wer ist mit dem Flieger hingeschlafen? Was macht sie denn dann gewalttätig? Achso, dann fliegt er hin dabei. Ja. Ja Leute, jetzt seht ihr einmal getrennte Ansichten hier. Alex im Flugzeug. Meine Möglichkeit im Heli. Und er ist schneller dort. Wahrscheinlich. Und er ist schneller dort. Ich habe auch ein Flugzeug. Genau. Wenn man mit Nachtsichtgerät fliegt und der Blitz kommt einer, sieht man überhaupt nichts. Ich fliege aber nicht wieder direkt drüber, über die Basis da. Sonst kriegst du wieder eine Rakete ab. Das war so knapp. Ja. Das ist eine Basis. Hast du nicht gesehen, dass es eine Basis ist? Da ist eine... Da ist... Da drinnen. Wo die ganzen roten Punkte sind. Da ist eine Rakete rausgeschossen auf uns. Das ist so knapp. Das ist überhaupt nicht auffällig weiter. Oh. Oh. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Oh. 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 Läuft. Genau. Wie kann man auch so vielere Bänke sind jetzt? Oh. Oh. Heli. Der Heli ist mal runtergekommen. Wir müssen den stehlen. Wie soll ich den jetzt noch stehen? Das haben wir jetzt schon. Dann holen wir uns zumindest die Waffelkisten. Oh. 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 Gedankster Schoß. Oh. Ich bin nicht immer noch dort. Oh. Oh. Dann muss man da rauf. Oh, Mann. Oh. Oh. Wie gehts da weiter? Oh. 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 mit dem Leben ich bin irgendwo fest nicht dumm um uns zu tun und Das ist mein Lackettchen-Spawn-Hool-Sein. Die Zungelhaare genau hinterholen soll ich die ganze Zeit. Das war jetzt Marke durch Rushen, oder? Passt gut zu meinen Stiefeln. Ich würde sagen, da müssen wir jetzt irgendwie raus. Ich bin nicht raus, ich bin da unten aus der Straße. So, das ist immer die. Oh, jetzt hab ich noch mal raus. So, ich flieh da gerade. Oh, dann werde ich vom Heli verfolgt. Nein! Jetzt wird es geiler, einen Schützen am Board zu haben. Ja. Ah, gut, die fassen die alle euch dann gar nicht mehr raus. Oh, und ich drehe um. Ja, ich bin jetzt dann in Ocoa-Ciale. Ah, so schön hier, guck. Du bist doch da ja nicht hart so durch die Berge durch. Oh nein, ich zeig nicht, ich fall auf die Basis zurück. Oh, ich würd's gleich grepieren, Alter. Oh, ich würd's gleich grepieren, Alter. Oh, ich würd's rechts machen. Nein, Alter, das ist die Basis auch schon, die mich in Feuer hat. Den lang mach ich's nicht mehr. Ja, passt! Elend, ich grepiert noch am Schluss. Yes! Alter, vater. Das gibt's ja nicht. Das ist das Hektische dann immer. Wenn ich irgendwo verfolgt werde oder so... Ah! Bin genau in die Base reingefahren, die mich dann auch unter Feuer genommen hat. Läuft. Ja Leute, von mir aus können wir hier beenden. Ich grepier in 30 Sekunden. Weil's so gut läuft. Gut. Dann würd ich sagen, beenden wir hier das Trauespiel. Jawohl. Bis dann, haut rein und ciao! Bleibt nicht mädig. Ciao! Ciao!